Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich bin wie immer euer Shurtok und in der heutigen Folge zeige ich euch, wie ihr in der aktuellen Version 1.2.1 Waffen, Schilde und auch Bögen ganz einfach duplizieren könnt. Ja, es ist wirklich wahr. Es hat ziemlich lange gedauert, aber jetzt ist es möglich auch in der aktuellen Version Waffen, Bögen und auch Schilde ganz einfach zu duplizieren. Und das Schöne an dieser Methode, die ich euch hier zeigen werde, ihr könnt die Sachen sogar parallel duplizieren. Wie das alles geht, das jetzt in diesem Video. Zur besseren Orientierung starten wir wie immer beim Turm am Spähposten und reisen heute in Richtung Südosten nach Hateno. Links von Hateno gibt es einen Schrein, und zwar den Sanmica Schrein. Habt ihr diesen bereits freigeschaltet, dann reist jetzt bitte einmal über diesen hier hin, denn wir wollen jetzt hier zu diesem kleinen Brunnen. Das ist der Dorfbrunnen von Hateno, und zwar der östliche. Und hier oben ist meine aktuelle Position. Hier müssen wir ganz genau hin. Solltet ihr jetzt über den Schrein hierher gereist sein, werdet ihr hier oben auf dem Berg stehen. Von hier oben herunter geschaut, könnt ihr bereits den Brunnen sehen. Das ist der Ostbrunnen von Hateno. Wir springen hier einfach runter und klettern dann den Brunnen hinab. Lasst euch einfach hineinfallen, da drunter ist Wasser. Da kann euch dann gar nichts passieren. Wir klettern hier rauf, rein geht's, landen im Wasser. Und jetzt gibt es hier zwei Gänge. Einen linken und einen rechten. Wir benötigen den rechten. Wenn ihr jetzt das erste Mal hier seid, wird dieser Durchgang noch versperrt sein mit Stein. Meißelt und bombt das Ganze hier einfach frei, damit ihr hier problemlos durchlaufen könnt. Wir laufen weiter geradeaus, bis wir an der Wand rechts einen Raubschleim sehen. Den benötigen wir jetzt. Unsere Aufgabe wird sein, vor ihm eine Lenkeinheit zu platzieren. Und sobald er nach dieser schnappen möchte, steigen wir auf die Lenkeinheit und lassen uns zusammen mit ihm verspeisen. Hier ist allerdings das Timing wichtig. Ich zeige euch jetzt zwei Varianten, wenn das Ganze falsch ist. Erste Möglichkeit, er nimmt die Lenkeinheit und uns zusammen auf, spuckt uns aber nach relativ kurzer Zeit wieder aus. Dann hat der Glitch nicht funktioniert. Danach dann einfach erneut eine Lenkeinheit hier hinstellen und das Ganze nochmal probieren. Zweite Variante, wie es auch nie aussehen darf, ist, er schnappt sich nur die Lenkeinheit und lässt uns mit Schaden hier stehen. Das sieht dann so aus. Timing stimmt nicht. Er schnappt nur uns, schnappt sich die Lenkeinheit, muffelt das Teil auf und wir erleiden ein bisschen Schaden und stehen hier noch rum. Auch das ist falsch. Ihr werdet sicherlich einige Zeit benötigen, um das richtige Timing zu finden. Ich habe auch ein bisschen länger dafür gebraucht. Das zeige ich euch nochmal. Er wird wieder nur die Lenkeinheit aufnehmen. Ich kriege Schaden, hat nicht funktioniert. Aber jetzt zeige ich euch, wie es richtig aussehen muss. Wir platzieren wieder eine Lenkeinheit und warten drauf, dass er uns verspeisen wird. Wie gesagt, Timing ist extrem wichtig. Ich zähle einfach immer bis 6, sobald der rote Ball bei ihm da oben erscheint. Machen wir gleich mal zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, A drücken, zack. Die Lenkeinheit und ich werde verspeist. Er spuckt uns diesmal nicht sofort wieder aus, sondern hat hier richtig schwer zu kauen. Fängt da an zu speicheln. Muffelt drauf rum. Und wenn das schon hier so lange dauert, dann hat der Glitch auch schon funktioniert. Er kaut und kaut und kaut. Wir sind halt schwer verdaulich. Gleich taucht dieser rote Ball wieder auf und dann spuckt er uns aus. Das ist das Zeichen, dass der Glitch funktioniert. So, roter Ball kommt und dann spuckt er uns irgendwann aus und da sind wir dann auch schon wieder. Damit hat der Raubschleim auch seine Arbeit hinter sich. Wir können weiter gehen. Gehen zurück aus der Höhle von wo wir gekommen sind. Und über die kleine Fitze steigen hier vorne in das Wasser und schwimmen einfach mal so ein Stückchen geradeaus. Ja, ein bisschen rechts rüber. Ja. Rüber geschwommen. Steigen hier wieder aus. Und dann platzieren wir uns irgendwo eine neue Lenkeinheit. Kann gerade stehen, schräg stehen, egal. Wir müssen dann nur einmal rauf und wieder absteigen, damit der Glitch auch funktioniert. So, steigen wieder auf. A für Steuern. Steigen wieder ab. Gehen ein Stück zurück und benutzen jetzt den Deckensprung. So, gucken wir einmal nach oben. Das passt, da können wir jetzt einmal durch. Den Deckensprung ausgewählt. Und dann geht es auch einmal nach oben. Auf der anderen Seite rausgekommen, schauen wir jetzt hier so halb aus der Erde heraus und sind noch sichtbar. Sobald ich jetzt A für verlassen drücke, werde ich unsichtbar sein. Ist das bei euch nicht der Fahrt und ihr seid noch sichtbar? Hat das Timing nicht gestimmt, der Glitch funktioniert nicht. Springt erneut in den Brunnen und führt das ganze bei dem Schleim erneut aus. Wie ihr sehen könnt, ich bin unsichtbar, kann mich jetzt aber noch nicht bewegen. Ich stehe hier auf der Stelle. Deswegen platzieren wir jetzt eine Lenkeinheit und stellen die vor uns auf den Boden. Als nächstes geht ihr in euer Tagebuch und startet eine Erinnerung. Ganz egal welche, Hauptsache ihr spielt eine App. Gehen wir rein und wählen eine aus. Tagebuch, ganz nach unten, ich nehme den nur erwacht. Kurz mal ansehen und die könnt ihr jetzt auch gleich skippen. Die müsst ihr euch nicht komplett ansehen. Einmal überspringen mit Plus. Jetzt landet ihr zurück in der Auswahl und drückt jetzt die Taste B und danach gleich die Taste A, um auf eure Lenkeinheit drauf springen zu können. Machen wir jetzt mal. Wir drücken die Taste B und dann die Taste A und ihr könnt sehen, das hat nicht geklappt. Warum hat das Ganze jetzt nicht geklappt? Weil die Lenkeinheit ein bisschen weiter von uns entfernt ist. Wir müssen also anstatt das A drücken, erstmal den Joystick nach oben drücken und dann das A. Machen wir nochmal. Schauen uns eine Erinnerung an. Überspringen die Taste B, Joystick nach oben drücken und dann das A und dann stehen wir hier auch schon drauf. Jetzt können wir die Lenkeinheit verlassen und sind erstmal wieder sichtbar. Benutzt jetzt eure Ultrahand und nehmt die Lenkeinheit auf und stellt diese neben den Brunnen. Denn diese werden wir gleich nochmal benötigen. So, mit diesem Abstand sollte das eigentlich ganz gut passen. Danach klettert ihr einmal auf den Brunnen und zwar auf den Rand, aber Vorsicht, bitte nicht hinein oder hier runterfallen. Jetzt wählen wir die Waffen aus, die wir gerne duplizieren möchten. Und wie bereits vorhin erwähnt, können wir ein Schild, ein Bogen und ein Schwert gleichzeitig duplizieren. Denn wir gehen in unser Menü. Ich wähle mal aus hier das Königsschild. Ja, dann nehmen wir hier noch einen Bogen. Moment, ich nehme hier erstmal den Stab mit einem Qualmerling. Ich nehme extra Waffen, die ein bisschen anders aussehen als die anderen, damit ihr das später auch gut sehen könnt. Und einen Bogen, na, irgendeinen könnt ihr euch aussuchen. Es gibt ein paar Waffen, die man nicht duplizieren kann. Das Master-Schwert zum Beispiel nicht. Aber das werdet ihr dann ja sicherlich merken. So, alles ausgewählt, ausgerüstet und jetzt springen wir einfach hier vom Brunnen einmal runter. Sobald ihr unten angekommen seid, werdet ihr sehen, werdet ihr erneut unsichtbar. Der Glitch funktioniert weiterhin. Über das Deephead tauscht ihr jetzt eure ausgerüsteten Waffen um. Also das Schild, das Schwert und den Bogen. Den Qualmerling ersetze ich hier gegen die Reiselandse. Dann ersetze ich noch das Königsschild gegen das Fischschild. Und den Bogen könnt ihr auch noch wechseln. Okay, soweit, so gut. Was ihr jetzt noch machen müsst, sind die gerade erst ausgerüsteten Waffen auf den Boden zu legen. Und das Ganze wieder über das Deephead. Und das machen wir jetzt mal. Hier habe ich das Fischschild aktuell ausgewählt. Lege ich auf den Boden. Dann ist das Ganze noch mit der Reiselandse. Und wenn ihr wollt, das Ganze auch noch mit den Bogen. Danach geht es zurück zum Tagebuch. Und wir spielen wieder eine Erinnerung ab. Müsst ihr euch, wie vorhin auch, nicht ganz zu Ende angucken. Könnt ihr natürlich. Aber ihr könnt das Ganze auch wieder abbrechen. Machen wir bloß mit Überspringen. Kommt zurück in die Auswahl. Und drücken jetzt die Taste B. Und was sehen wir da? Unsere zuerst ausgewählten Waffen, das Königsschild und die Lanze mit dem Qualmerling, wurden gedroppt. Geh ins Menü, könnt ihr sehen, ich habe hier drin immer noch das Königsschild und auch den Start mit dem Qualmerling. Wir haben die Waffen erfolgreich dupliziert. Aktuell bin ich noch unsichtbar und das werden wir jetzt einmal ändern. Zurück ins Tagebuch. Schauen wir uns erneut eine Erinnerung an. Könnt ihr wieder skippen. Dann die Taste B und springt mit der Taste A auf die Lenkeinheit. Ich habe hier jetzt aber ein Problem, denn die Waffen liegen im Weg. Drücke ich die Taste A, nehme ich eine Waffe auf und komme nicht mehr auf die Lenkeinheit. Ihr solltet also eventuell die Waffen, wenn ihr auf dem Brunnen oben drauf steht, nach links werfen. Dann steht die Lenkeinheit frei. Machen wir das Ganze deswegen noch einmal. Brechen das Ganze hier wieder ab. Gehen zurück mit der Taste B. Ich habe schnell noch meine Lanze aufgenommen. Die war auch noch im Weg mit dem Qualmerling, aber jetzt hat es geklappt. Jetzt stehe ich hier auf der Lenkeinheit, steigen von dieser herab und ihr könnt sehen, jetzt habe ich auch wieder die anderen Gegenstände. Also das andere Schild und die andere Lanze. Gehen wir jetzt in das Menü. Dann könnt ihr sehen, ich habe die Sachen zweimal hier. Zweimal das Königsschild mit den selben Werten und auch zweimal den Stab mit dem Qualmerling. Der Glitch hat zu 100% funktioniert. Rüsten wir unsere neuen geklauten Gegenstände doch jetzt einfach mal aus. So, hier nehmen wir den Qualmerlingstab und auch mal das Königsschild und ihr könnt sehen, die Waffen gehören wirklich euch. Allerdings ist der Glitch jetzt immer noch aktiv. Springt ihr irgendwo runter, werdet ihr wieder unsichtbar. Wie könnt ihr das Ganze verhindern? Ganz einfach. Speichert das Spiel jetzt einmal ab und ladet es erneut und schon ist der Glitch inaktiv. Aber ihr könnt das Ganze jederzeit wiederholen und weitere Waffen duplizieren. Zu guter Letzt wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim Duplizieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Shurtalk. Bye Bye.